Wir stehen hier mit Sonnenbrille, weil wir haben sage und schreibe 7 Uhr am Morgen. Wir sind die ersten im Zoo. Die Sonne scheint, die Sonne lacht. Wir machen heute unser Fotoshooting für die Global Conferences. Zumo, sag mal, was hältst du von deinem Kostüm? Also ich finde es total cool, als ich das erste Mal gesehen habe, ja, das ist genau meins, obwohl ich sowas noch nie gehabt habe. Wir sind hier bei Spindler & Klatt, einer der vielen Locationen, die wir im Newidea International Business Festival haben. Das wird für die großen Keynotes sein. Das ist die besondere Sache, dass wir hier alle Kolumnen haben. Und natürlich haben wir einen Shuttle-Service, zum Beispiel diesen hier. Was bist du denn? Eigentlich nur YouTuber. Ja, YouTuber. Ich heiße Annika. Wir heißen Wiesstu wieder. Ich mache Unterhaltungsvideos auf YouTube. Was ist so das Geheimnis, sozusagen witzig rüberzukommen? Authentisch zu sein und einfach nicht zu viel zu planen. Okay, von der kann ich noch was lernen, glaube ich. Glaubst du, ich bin zu alt für diese Sache? Na, man, für YouTube ist eigentlich niemand zu alt. Hallo, liebe alle. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich vor allen Dingen auch, dass ich wieder da bin. Ich habe mir ja letztes Mal von euch oder von ganz jungen Bloggern auf den Video-Days und Startkick geholt zu machen und es hat mich auch ziemlich angefixt, dann was zu machen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch erstmal ehrlich gesagt in eine gewisse Schockstar verfallen. Oh, das denke ich mal. Und es geht einfach darum, warum das Altwerden eigentlich auch geil ist und nicht nur scheiße, aber natürlich auch scheiße, aber auch geil. Wir hatten einen ganz, ganz tollen und spannenden Tag. Es gab viele tolle Impulse. Wir haben viele großartige Sprecherinnen und Sprecher gesehen heute, aber auch ganz viele tolle Frauen und Männer, die sich hier vernetzt haben, die hier neue Impulse gesammelt haben. So, und jetzt sind wir weg. Ciao. Bis zum nächsten Mal.